Die Wintertemperatur in der Schweiz ist nicht gerade die beste Voraussetzung zum Kiten. Wir haben zwar auch gute Spots, aber im Winter bei diesen frostig eisigen Temperaturen. Aufs Wasser zu gehen ist schlussendlich nur eine Fall mit dir selber und der Natur, die gegen dich arbeitet. Darum ist das Beste, was du in dieser Zeit machen kannst, Flucht. Musik Excuse me, I am Switzerland Tourist, wo ist der Tablet Mountain hier? Musik Zuerst zu unserem Team. Wir sind eine Gruppe von Schweizer Katern. Ja, ja. Ich habe noch keinen gesehen. Und Loose-Jubben. It's crazy, komm mal. Und das sind wir. Ich bin immer noch der Meinung, mit Bootskater ist geiler als mit Straps. Das ist der Zeug. Unser kleine Profi. Vor allem bekannt für seine Bootskater. Willst du ihn richtig lernen? Dann geh zu ihm. Unser Schnellst. Mit den schnellsten Brillen. Brauchst du eine kompetente Beratung, was die schnellsten Brillen angeht? Frag ihn an. Wenn einer am Essen ist, dann Ramon. Er schaut diese Schwarz-Weissigkeit so richtig aus. Hast du eine Verletzung oder einfach eine Frage zu deinem Hauttyp? Dann geh zum Dr. Paul. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und das ist der Röschko-Boy. Wenn sich einer ein zwei Zahnschlöchter schaut, dann er. Und noch unser Coach. Miri. Wegen einer Verletzung mal nicht auf dem Bass. Dafür kann sie uns jetzt sagen, was wir gerne falsch machen. Hallo, entschuldigen Sie. Will, will, will you not, not in the Mets here? HoDiR后. Hallo, entschuldigen Sie. gużylo, своей verletzung. gerçekforte Gelderst donilla, Das war Metallur geniein hier. Du bist mit dem Linken. & schuldig nicht auf jeden Fall. Vöngeloo, LΩ packs mir das. Du bist also Kim расп lunge. Musik 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 Es fällt mir hier der Wind Nicht gang Musik Musik Südafrika bietet mehr als nur perfekte Kitespots Die Umgebung um Cape Town, wie zum Beispiel der südwestlichste Punkt vom Kontinent Afrika Das Kap der guten Hoffnung ist einer der schönsten Flecken auf diesem Planeten Aber auch die vielfältige Tierwelt, die du auf dem Weg ans Kap siehst, ist einfach nur geil Und natürlich Kitespots von Blueberg, Langebahn bis Blackburn Beach Musik 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 Nebst der Natur und der Kultur noch zu den Leuten. Für mich ist er sicher der beste Künstler in Afrika. Viele Leute besitzen die Stadt. Sie besitzen sie nicht in der Stadt. Wenn die Leute kommen, sie sehen sie in der Stadt. Sie sehen sie, dass sie eine Afrika. Sie sind sehr interessiert. Sie besitzen die Stadt. Die Stadt, die Stadt, die Stadt und die Stadt. Wir haben auch die Stadt. Die Django ist in Deutschland. Guten Tag, der König der Django. Papel von Zimbabwe. Hakuna Matata. Sie sind in der Stadt. Sie sind in der Stadt. Sie sind in der Stadt. Sie sind im Internet. Haha. Heute hatte ich dasписen. Das controllerente E. Lions Head Höhe 669 Meter Und der Signal Hill ist 350 Meter Das machen wir 300 Höhenmeter Schau die Scheine dabei Seien wir ehrlich, das Reisen, das Entdecken und das Kiten Das Unterwegssein auf verschiedenen Orten auf dieser Welt Ist immer noch am schönsten mit guten Freunden Mögen Mögen Fins der Komp – 13er Musik Rätten Guck mal, der Baum da hat einfach seine eigene Zerstörung überlebt. Wie hat er das gemacht? Bekannt durch das fadenartige Gewerbe auf dem Blatt und auch der Geruch afrikanische Salvia. Schau mal, da hat es noch Pferdenkinder. Das können wir super als Zunder gebrauchen. Das kannst du einfach so abziehen. Die Pflanze hier, das ist unter den Pflanzen die Benelope Cruz. Sie ist nämlich eine Riese.